Intelligent, effizient zuführen mit DEPRAG Zuführtechnik. Die rechtzeitige Bereitstellung von Bauteilen und Verbindungselementen ist ein wesentlicher Bestandteil der Produktivität und Verfügbarkeit von Montageprozessen. DEPRAG Zuführgeräte stellen diese in gewünschter Anzahl und Orientierung effizient und taktgenau zur Verfügung. Mit über 40 Jahren Erfahrung und mehr als 35.000 produzierten Zuführgeräten gehört DEPRAG zu den führenden Herstellern weltweit. Der Anwender kann hierbei aus unterschiedlichen Technologien auswählen. DEPRAG bietet ein ausgereiftes und bewährtes Programm an Standard- und kundenspezifischen Lösungen. Die Vibrationswendelfördertechnik, auch Schwingfördertechnik genannt, ist die mit Abstand am häufigsten verwendete Zuführtechnik. DEPRAG Easyfeed ist ein Vibrationswendelförderer der neuesten Generation. Mit 80% Energieersparnis, Industrie 4.0-Fähigkeit, ergonomischem Handling, optimierten Modulen und höchster technischer Verfügbarkeit. Hubschienenförderer sind die Alternative zum Vibrationswendelförderer. Wenn eine sehr bauteilschonende, abriebarme und geräuscharme Zuführung benötigt wird. Stufenfördersysteme ermöglichen die Zuführung speziell von langen rotationssymmetrischen Bauteilen. Durch die 24-Volt-Technik bietet es einen störungsfreien und sicheren Betrieb. Unabhängig von Netzspannung und Netzfrequenz. DEPRAG Stufenfördersysteme vereinen alle Vorteile eines Stufenförders mit der extrem energiesparsamen DEPRAG Vibrations- und Regeltechnik. Linearförderer finden zum Beispiel Anwendung, wenn in einer Montageanlage eine größere Distanz überbrückt werden soll. Das Pick-and-Place-Verfahren bietet sich an, wenn eine Zuführung über einen Zuführschlauch nicht möglich ist. Dies ist zum Beispiel bei Schrauben mit sehr kurzem Schaft, Nieten mit großem Bunddurchmesser und Teilen mit komplexer Außengeometrie der Fall. Bei handgeführten Werkzeugen können die Schrauben per Vakuum oder Magnetismus gepickt werden. Mit der Tape-on-Reel Bandrollenzuführung lassen sich Kleinteile auf gerollten Trägerbändern ein- oder doppelseitig geklebt zuführen. Über die Kombination von hochpräzisen Sensoren und einer schnellen Bandfixierung erreichen die DEPRAG-Teile-Zuführgeräte eine positionsgenaue Bereitstellung der Komponenten, mit einer hohen Wiederholgenauigkeit. Schraubengeber sind eine günstige, schnell umsetzbare Lösung für Kleinserie. Auch Schrauben mit ungünstigen Abmessungen können verarbeitet werden. Das DEPRAG-Feed-Module DFM ermöglicht Verschraubungen an schwer zugänglichen Schraubstellen wie zum Beispiel runden Gehäusegeometrien durch Vakuumunterstützung. Schrauben und Muttern werden mechanisch positioniert und über eine Vakuumansaugung gesichert. Die integrierte Hubmechanik steuert per Zylinder die exakte Andruckkraft auf das Verbindungselement, unabhängig vom Bediener. Zur Integration in Ihre eigene Montageanlage passen wir unsere Standardgeräte an Ihre Einsatzbedingungen an. Sie profitieren dabei von unserem Spezialwissen und erhalten zudem ein ausgereiftes und geprüftes Zuführsystem zu einem besonders attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis. Vor Auslieferung führen wir einen Dauertest durch, welcher den Arbeitsablauf in Ihrer Fertigung abbildet. Sie erhalten zudem eine umfassende Dokumentation zur Inbetriebnahme und Bedienung Ihres Zuführsystems. Unsere Bevorratungssysteme bieten eine ideale Ergänzung zu Ihrem Zuführgerät. Durch die automatische Befüllung ist ein erheblich längeres Nachfüllintervall realisierbar. Eine konstante Füllmenge wird so gewährleistet. Die Prag-Bevorratungssysteme sind flexibel für unterschiedlichste Produkte einsetzbar. Eine Umrüstung ist nicht erforderlich. Neben Schrauben als häufigsten Fördergut können auch andere Komponenten wie Gewindestifte, Muttern, Ohrringe, Bauteile, Etiketten und Kleinteile auf Trägerfolie automatisch zugeführt werden. Wenn hohe Anforderungen an die technische Sauberkeit gestellt werden, zum Beispiel in der Elektronikproduktion, gelten auch besondere Anforderungen an Zuführsysteme. Um Abrieb grundsätzlich zu vermeiden, bieten sich bauteilschonende Hubschienenförderer an. Darüber hinaus gibt es weitere konstruktive Maßnahmen. Die Optimierung des Klingeneingriffs in den Schraubenkopf und gezieltes Senken der Drehzahl während des Einfädens. Für die Zuführung direkt über dem Bauteil wurde der Particle Killer entwickelt. Eventuell auftretende Schmutzteilchen werden per Vakuum abgesaugt. Beginnend mit der Projektierung begleiten wir unsere Kunden und Montageanlagen mit umfassender technischer Unterstützung und Ingenieursleistung. Von der Machbarkeitsanalyse, der Auswertung der Zuführbarkeitskriterien bis zur Detailkonstruktion. Auch die Lösung von Herausforderungen, wie zum Beispiel beengte Platzverhältnisse, gehört zu unserer Kompetenz. Zusammen mit der Vielzahl von DEPRAG-Schraubwerkzeugen stehen ausgereifte Systemlösungen bereit. Perfekt aufeinander abgestimmte Komponenten. Ausgiebig getestet, aus einer Hand. Mit unseren Zuführlösungen profitieren Sie von über 40 Jahren Erfahrung mit mehr als 35.000 verkauften Geräten. Der weltweiten Verfügbarkeit unserer Komponenten aus Eigenfertigung, Industrie 4.0-Fähigkeit und durchgängiger Konzeption für die technische Sauberkeit, unserer modularen Bauweise und höchster Qualität. Intelligent, effizient zuführen. DEPRAG Hightech for Global Business.